Wie kann man mit Team-Boot-Wahren sein? In Englisch ist Salma. Wie kann man mit Team-Boot-Wahren? Guck mal, da schwingt eine Frau in den Bäsern. Darf ich mit schwingen? Da fliegt er ins Wasser. Wow, das ist Superman. Wow, guck mal, der andere spielt Fußball. Ich wünsche dir jetzt auch bei Wetter Bremen. Super, dann steigen Sie nicht ab. Super. Super. Vielen Dank.